Hey Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy X-2. Letztes Mal hatten wir etwas mehr Story sogar. Jetzt haben wir die drei vermissten Personen gefunden, die anscheinend irgendeine Vergangenheit auch haben. Miteinander. Aber da ist jemand aber besessen von irgendjemandem. Und wir wissen halt noch nicht von wem. Deswegen, das wollen wir herausfinden. Jetzt gehen wir aber erstmal zum nächsten Ort. Und zwar wäre das die stille Ebene. Und dann können wir irgendwann zum Tempel Chose gehen. So, stille Ebene. Monster in der Talgrundhöhle. Ein Notruf aus dem Talgrund. Früher war das eine Asra. Vielleicht hat es was mit den anderen Vorfällen zu tun. Fienden, komm tief in die Kauze! Es sind noch einige Leute, die in den Kauze sind. Es gibt nichts, was wir tun können, um sie zu helfen. Es gibt nichts, was wir tun können. Ich wollte sie schämen, um ein Ort wie dieser in eine Touristische Richtung zu verändern. Bitte, helfst du uns nicht, dass du die Leute hinterlassen hast? Du bist sehr lieb. Dein Freundesnhof Galway ist offen für Business. Mission gestartet. Rettung der Touristen. Es gilt, diejenigen zu retten, die noch im Inneren sind. Sie haben etwas beißig, das notwendig ist, um die Monsterflut zu stoppen. Halte die Monsterflut auf. Hier läuft jemand. Monster, ganz plötzlich. Ihr helft mir hier raus. Danke, vielen Dank. Verträgt nicht mehr als neun Personen auf einmal. Doch solange er unter den ersten fünf in der Reihe ist, macht ihm die Anzahl der Personen nichts aus. Achso, die haben immer andere Bedingungen oder was? Sonst kommst du nicht mit. Ja toll, was hast du denn? Hi. Nein, so helft mir doch. So, ihr wollt mir helfen. Danke. Ich denke, mag nicht mit mehr als vier Personen auf einmal zusammen sein. Doch solange er maximal Zweiter der Reihe ist. Ich nehme das egal. Okay. Er ist jetzt Zweiter. Ich denke kaum, mich zu retten. Und ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Wird gereizt, wenn mehr als sechs Leute in der Gruppe sind. Solange sie aber mindestens Zweiter ist, macht die Anzahl nichts aus. Sie ist jetzt aber Dritte. Das heißt, wir sollten nicht mehr als Sechs jetzt hier dabei haben. Ah. Hi. Ihr wollt mich retten, ich darf euch das glauben, ja? Jetzt bin ich gerettet, lass mich schnell von ihr verschwinden. Kann eine bis zu vier Mann große Gruppe ertragen. Nachträglich dazugekommene Personen stören sie nicht. Die Kが行. Die Kが schmeckt. Die K. Die K· Hover. Die K-Benz. Die K-Benz. Und dann ist das sehr, was es. Die K-Benz. Ich dachte, der war tot. Ja, chill dein Leben, Mann. Junge. Okay, bei denen hauen wir ab. Bei denen hauen wir ab. Das ist aber zwei, oder? Ja, dann können wir den nicht mitnehmen. Die müssen wir dann später aufholen. Müssen wir jetzt erstmal raus. Nesse-Ring. Komm mit. Ja, danke Arschloch. Untertitelung.ED Den holen wir gleich ab. Hier ist anscheinend der Ausgang. Ach ja, ich hab das hier gefunden. Ein Energiekern. Noch vier Stück bis zur ersten Regenerationsstufe. Oh Gott. Oh, danke, danke, danke. Das war vielleicht eine Aufregung. Hier als Dank. Naja, es lag auf dem Boden herum. Zweiter Energiekern. Ab hier bin ich allein raus. Vielen Dank, ehrlich. Anteil der Flüchtlinge, elf, überall. Ja, ich glaub, die besiegen wir. Ja, die besiegen wir. Nur den einen Arsch, da hauen wir am besten ab. Das war gerade eine sehr männliche Stimme für Yuna. Aber hier irgendwo war doch der eine, ne? Der war doch direkt dann hier. Ich find's ja scheinbar, dass man hier nicht gleich die Karte, die ganze Karte aufrufen kann, weil ich bin hier gerade leichter wird. Nämlich schon riesig hier. Komm mir nicht nah. Oh, verteid mich nicht nach dir, wer ein Monster. Mag es nicht, wenn mehr als sieben Leute in der Gruppe sind. Und solange er unter den ersten sechs ist, kommt er bestimmt mit. Er will nicht, dass sieben dabei sind, okay. Das heißt, wir haben ein Gruppenlimit. Waren wir da recht schon? Ich glaub, ja, oder? Nein, waren wir nicht. Nein, es schlä... Boah. Ich werd jetzt halt auch ein bisschen mehr türmen. Tut mir wirklich leid, aber... Ich hab jetzt wirklich keine Lust. Kältering. Ich find's zwar gut im Weglaufen, aber ich kann diese Kinder unmöglich alleine lassen. Entweder alle drei oder gar niemand. Oh Gott. Alle drei. Es ist egal, wie viele in der Gruppe sind. Okay, ja. Komm, nimm was. Und wir haben jetzt vier. Also wir dürfen noch... Zwei mitnehmen. Ne, einen dürfen wir noch mitnehmen. Ja, ich glaub, ich renne also wieder raus. Das heißt, dann sind's jetzt noch sieben Flüchtlinge, oder wie? Nehmt das wieder als Dankeschön, dritter Energiekern. Ihr habt mich gerettet. Wie kann ich euch nur danken? Ich hab's. Wie war's hiermit? Besage-Schlüssel? Warte mal, Besage-Schlüssel? Gab's doch irgendwie... Gab's nicht irgendwo diese Höhle auf Besage, wo man nicht weiterkommt? Ist da vielleicht... Ist das vielleicht damit gemeint? Wie sind die... Ach, die... Ne, die Leben regenerieren sich nicht wieder. Ja, aber gut, Juna hat nur 200 Schaden, mein Gott. Da waren wir auch schon, da war ja der eine. So. Aber jetzt... Haben wir da rechts jetzt auch schon. Jetzt können wir weiter nach links. Oder ist hier noch jemand? Nein. Der ist eigentlich, dass sich da jemand versteckt. So, und hier haben wir letztes Mal aufgehört. Na ja, genau. Dann können wir hier... Ich glaub, da hinten soll noch einer sein. Nein! Ich kenn' den. Ich kenn' den. Der macht 3000 Schaden. Pro Angriff. Den... Den... Das lassen wir mal. Na genau, die haben wir nicht mitgenommen. Deswegen hab ich doch gesagt, dass ich nicht mit will. Aber du musst es ja, hm? Ich wollte uns helfen. Mann, in einer Gruppe von mehr als neun Leuten will er unter den ersten sieben sein. Sonst ist er sauer. Sie ist hart im Nehmen und beschwert sich daher nicht. Ist der Mann eingeschnappt, kommt die Frau auch nicht mit. Oh Gott. Okay, jetzt haben wir zwei. Fünf Flüchtlinge fehlen. Was? Hier ist jemand? Oh Mist, ich bin entdeckt. Das war's wohl mit mir. Rettung. Oh, welches Glück. Es war doch richtig, mich versteckt zu halten. Will nicht auf eine Gruppe stoßen, die größer als drei Mann ist. Nachträglich hinzugekommen. Wir machen ihm nichts aus. Ja, komm, nimm mal mit. Ich hab nicht mal gewusst, dass da einer ist. So, warte mal. Jetzt haben wir drei. Vier noch. Okay. Da waren zwar zwei Kinder. Das heißt, nach denen fehlen noch zwei. Warum kommt ihr mir hinterher? Geht weg. Was? Wollt ihr mir etwa raushelfen? Beide haben kein Problem mit einer Gruppe von bis zu zwölf Leuten. Sind sie unter den ersten zehn, macht ihnen auch eine größere Gruppe nichts aus. Bleibt einer stehen, bleiben beide stehen. Dann rennen wir mal mit denen wieder raus. Weil sowas wünsche ich über die PC-Version spielen. Weil da gibt's nämlich den Turbo-Modus, dass man quasi zweifache Geschwindigkeit hat. Das hat man hier auf den Konsolen-Versionen nicht. Finde ich ein bisschen doof. Ich mein, bei Final Fantasy VII, VIII und IX auf der Playstation gibt's ja auch. Naja. Das ist halt jetzt so. Kann man nichts machen. Das wird halt auch das Grinden viel leichter machen, wenn man halt so richtig schnell dann wäre. Ja, äh, nee. Das ist wieder der eine Bastard gewesen. Da hau ich ab. Da hab ich Angst. Ja, vielen Dank. Vielleicht können sie das hier gebrauchen. Wo noch ein Kern? Danke, das ist für euch. Jawohl, da musst du doch. Der Teleport im Inneren der Höhle ist teilweise regeneriert. Das werde ich euch nicht vergessen. Hier, das ist mein Dank. Sex-Energie-Kern. Der Teleport in der Nähe des Ausgangs ist regeneriert. Anteil der Flüchtlinge noch zwei übrig. Oh Gott, was sind die denn jetzt? AHHHHH! Bringen wir die K.O.? Ja, ich glaub schon. Ja, ich glaube schon. Die Transport-Funktion ist regeneriert. Anteil der Transport-Funktion. Ja, müssen wir zur Kamera der Astra, oder was? Anscheinend. Nein, was? Juchimbo. Oh. 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 Manchmal stürmen. Weil das sorgt ja sowieso nur dafür, dass wir Angriffe machen. Das heißt. Boah, Alter. Das heißt, das ist eigentlich theoretisch egal, ob wir uns eben MP entzieht. Ja komm, reinfahren. Komm. Ja, so viel Schaden machen die ja gar nicht. Das hier macht ja auch nicht so viel. Ja, na komm. Ah ja. Ich hasse, dass es die ganze Zeit in den Haltemodus springt. Das geht mir schon ziemlich auf die Nerven. Was ist das denn jetzt schon wieder? Was ist das? Ja, okay. Tötet ihn doch! Wie viel Leben hat er denn? Junge! Würdest du mich jetzt eigentlich verarschen? Was war das denn? Das war ja der größte Müll. Kann man das aber nicht mal überspringen oder was? Es ist halt das so Ich halte das so zum Kotzen. Ich halte das so zum Kotzen. Ja, jetzt überspringen doch nicht. Oh ne, jetzt müssen wir das alles wieder neu machen. Das ist doch so ein Scheiß. Das ist doch so ein Scheiß. Wirklich. Junge, was hat das aber auch so ein Scheiß-Angriff? Einfach alle auf 1 HP? Ja, jetzt bleibt doch stehen. Das ist aber auch eine Scheiß-Quest. Das ist jetzt mal ganz ehrlich. Ja, die eine bleibt jetzt hier stehen, ne? Ne, du holst mal später nochmal ab. Ja, okay, ich mach's denn nicht mehr auf Stürm. Ich wusste ja nicht, dass der alle auf 1 HP reduzieren kann, der Sack. Das ist ja nicht mehr auf Stürm. Wo ist die Spaß in das? Ja. Das ist halt eine sehr nervige Quest, ne? Vor allem, weil es hier halt auch keinen Speicherpunkt gibt. So von wegen so, ah, okay, du hast jetzt fast alle gerettet oder du willst jetzt gegen Jochimbo kämpfen. Hier kannst du kurz speichern. Das ist so unnötig. Warum gibt es keinen Speichern? Ich glaube, ich brauche eine Weißmargerin hier in der Gruppe. Kann das sein? Ich glaube, ich brauche hier eine Weißmargerin. Das heißt, ich werde Pain kurz zur Weißmargerin machen, damit sie nämlich die Leute heilen kann. Falls die mal hier auf 1 HP reduziert werden alle. Ich meine, so viel Schaden machen die ja gar nicht. Die machen 45 Schaden. Das heißt, sogar Pain überlebt das wahrscheinlich. Und ich habe ja sogar immer noch die Abwehr. So, die mag keine 6 Leute. Ja. So, und wir brauchen eigentlich nur, dass halt, äh, wir müssen jetzt eigentlich nur noch einen neuen... Ach, komm, dann holen wir einen ganzen Sinn, holen wir später noch ab. Jetzt werden halt auch eben die Kämpfe wieder länger dauern, weil es halt keine... Weil es halt keine dritte Angreiferin mehr dabei ist. Ja, die Kämpfe werden jetzt halt deutlich länger dauern. Ich nehme mal die Mammes. Okay, sie kommen alle noch mit, das ist gut. Also, ich nehme mal die Mammes. Das ist gut. Vor allem, ich hatte Yochimbo nicht mal Final Fantasy X-10 freigeschaltet. Da fehlen uns gleich noch zwei. Zwei Energiekerne. Und dann können wir es wieder mit Yochimbo auf uns nehmen. Und auch diesmal hoffentlich mit Erfolg. Weil ein drittes Mal will ich diese Quest jetzt nicht nochmal versuchen. Das sage ich ganz ehrlich. Ein drittes Mal habe ich auf diese Quest keinen Bock. Dann machen wir die irgendwann später. Oder gar nicht. Das sind dann die zwei Optionen, die wir dann haben. Ja gut, die kriegen wir hin. Und dann können wir das machen. Das müssen wir später nochmal überprüfen. Genau, hier versteckt sich ja einer und das sind ja die zwei Letzten. Was hast du mit mir? Er hat nichts Glück, bla bla bla. Mitnehmen. Das funktioniert noch nicht, sonst wäre es halt richtig geil gewesen. Und das Gute daran ist halt, wir müssen diese Quest ja nicht machen. Das ist ja optional, aber ich will sie halt machen. Ich will eigentlich fast alle Nebenmissionen hier in dem Spiel machen. Außer halt diese scheiß Minigames, zum Beispiel dieses Revolverheldin-Minispiel, was bei mir teilweise nicht funktioniert hat. Wurde ich einfach nicht kapiert habe, weil es einfach nervig war. Danke, dass ich euch, genau, mit der Energiekern und jetzt sollte der Letzte hier auch noch einen haben. Das hätte ich euch nie vergessen, hier, das ist mein Dank, genau. Und jetzt können wir wieder zu Jujimbo. Noch zwei übrig. So, ähm, das heißt, ich werde mich jetzt, oder muss ich mich heilen? Ich muss mich nicht heilen. Normalerweise kann man ja Katzens überspringen. Das ist, das verwirrt mich ja gerade, dass es hier nicht geht. Ah doch, ja, hier geht es. Nee, es ist halt 88. Ja, komm, ich will angreifen. 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 Ah. Weißt du, diese Scheiß-Attacke geht so ewig lang, ey. Von, die ganze MP. Ja, das ist nicht fair. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Nee, das kannst du mir nicht erzählen. Das kannst du mir nicht erzählen. Das ist ja mal so ein unfairer Kampf, ey. Zieht ja die ganze MP auch noch ab. Und jetzt wollte ich mich gerade heilen und es geht nicht, weil dieser Scheiß-Hund dann angreift. Das ist so lächerlich, der Kampf. Nee. Das könnt ihr vergessen, dass wir das machen. Das machen wir ganz sicher nicht. Das könnt ihr vergessen. Hundertprozentig. Nee, das war's. Wir machen diese Mission nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Alles klar, Leute. Wie es sagen, machen wir im nächsten Mal bei Final Fantasy X-2. Und schau.